Hallo und Willkommen bei Pornage bei Ich Bin Euer Begleiter Asyl und ja meine Damen und Herren BABAM ich hab mir grad voll auf die Zunge gemessen, Jesus Christus, das war futterschein. Oh mein Gott ey, kann doch nicht wahr sein. Was futterst du denn schönes? Ist das der Grund warum du so schreist? Ich futter grad, wieso schrei ich, Tio? Boah, du warst grad übelst laut, keine Ahnung. Das ist das Ding, weil ich... Das ist das Ding, weil ich ganz laut rede und bei der Ansage kann ich ja sagen, hallo hallo und Willkommen bei Pornage bei. Ich bin Euer Begleiter Sylia und ich flüsse jetzt mal volle Kanne ins Mikrofon. Zwischen schreien und betonen ist ein Unterschied. Ne, ich betone einfach nur etwas stärker meine Stimme und das schlägt halt so in diesem Mikrofon schon raus. Verstehst du, Tio, das ist ein hochqualitatives Mikrofon. Darf ich nicht dasselbe hier stehen, du Horst? Ich möchte dich auf deins verweisen. So. Oh, ey. Und wie es aussieht, bin ich ordentlich in den Arsch geflüstert. Warum, weil du ein Chogart in der Mitte hast? Ne, ich hab ein K6 in der Mitte. Was spielen die da? Die können auch Elyse in der Mitte haben, hallo. Ich bin da nix. Uff. Nein, Elyse, nerv dich Toplane. Nein, nein. Also ich bin auf jeden Fall vernichtet schon in der Mitte. Das wird ne tolle Frage in meinem Land, ja. Die gehen Doppel-Teleport-Botlane. Meinst du? Oh, lecker, ey. Es ist alles möglich. Ich kenne ein Iglo-Fischstäbchen im Sonderangebot. Einfach nur herrlich. OP. Mit extra vielen Delfinen. Ja. Tut mir bitte einen Gefallen und deft bitte ordentlich, ne? Naja, Quatsch. Amumu braucht keine Hilfe. Ne, ist schlimm. Amumu braucht keine Hilfe. Oh, Blubuffick. Amumu gefickt. Na, da geht das springende Funken über beim Regarde, ne? Das springt da über. Hm. Das nervt. Die letzten Tage wird Roach gespielt und jetzt haben wir ja Diamantleute im Team. Ey, unglaublich. Das ist das ein Unterschied, ne? Hm. Mann, euch spielen noch Canon, ey. Ganz im Ernst. Aber heute ist unser eigener Hard-Mode. Ja? Oh mein Gott. Ja, komm, komm. Ja, waaah. Guck, guck, guck. Die kommen doch. Ich sag's doch. Okay, das macht mir Hoffnung. Ich hab mich ließ in der Mitte. Das macht dir Hoffnung? Das macht dir Hoffnung? Ja. Elis kann ihn nerven. Elis? Elis ist besser als Kartex. Hä? Ja, Elis ist besser als Kartex, das stimmt. Kartex kann mich einfach verrichten. Elis Harris mich nur zur Tode. Oh mein Gott. Los geht's, würde ich sagen. Könnte aber auch Elise Support sein. Ja, ist es auch. Das ist wirklich Elise Support, Leute. Hi. Hi. Dann hat er doch einen Kartex in der Mitte. Der hat doch Kartex in der Mitte. Und ich hab wahrscheinlich Shogar da oben. Ich spiel nicht die Support. Tink dich. Ich hab's in deine Augen blitzen sehen. Oh mein Gott, da sind sie alle. Da sind sie alle. Echt? Ja, ich hab da grad einen getroffen. Ne, kauf ich das in der Mitte. Ah, so nervig, ey. Ja, toll. So, meine Damen und Herren, ich hab jetzt Captain Analbat in der Mitte. Das wird richtig lustig. Ach, come on! Captain Analbat hast du also. Hi, hi. Ich bin Canon. Nice to meet you. Irgendwas fehlt hier oben. Er ist am Kick der Jungle, Schugert. Ja. Find ich gut, danke. Kann ich auch. Meine sehen cool aus. Das sind so komische Bäume. Das wird schon wir um so'n Mädels. Voraussichtlich Mädels. Ey, warum macht der den Auto technisch? Das macht sich Krikado immer. Der Umstand seines Lebens. Ehrlich so. Ey, guck mal, ich bin Level 2. Hoi. Ja, mit Level 5 werde ich auf jeden Fall vernichtet sein in der Mitte. Hab' gar keine Chance mehr. Ah, ist ja gut. Ich komm' ja dann. Ne, ich mein' nur immer so. Es ist irgendwie so'n Naturgesetz beim K6. Mit Level 5 rastet er aus. Ja, nicht mit Level 6 und er seine Dinger evolutioniert hat da. Ne, ne, mit Level 5. Keine Ahnung, warum mit Level 5? Eifer mit Level 5. Dann geht er BURST MODE und haut mir voll den Arsch wund. Ja, gut. Top kann ich nicht. Mitte auch nicht. Drexor pusht halt harte, Schogert. Ich farm einfach erstmal weiter. Good job, Bot. Bot brauch' ich nicht. Ja, oder doch. Ich glaub, ich besuchte hier oben einen Gank. Oh, das war knapp Vampi. Das war knapp Vampi. Oh, da kommt jemand mit Teleport. Ach, der Twitch hat Teleport, lol. Hm. Schade. Ach, guck mal, Mike. Mach ordentlich Druck da. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, ich weiß. Das, was ich jetzt hier machen kann, ist sein Leben halt ein bisschen rund. Ah, natürlich. Hi, Alistair. Hi. Ich bin auf dem Weg. Hi, Kasex, hi. Oh, lol. Okay. Was war das denn für'n Versuch, Elis? Please. Dann bitte was, Ricardo? Good job, Mike. Good job. Ja, keine Ahnung, was er da wollte. Der ist mit Lowlife hier hingekommen. Ach, okay. Ja, ich weiß. Also, so kann man auch den Gegner spielversorgen, meine Damen und Herren. Einfach auf seine teammates hoffen. Ja, solange die Lanes laufen, ne? Ja, jetzt ist richtig gemein, ich hab'n Red Buff und'n Blue Buff. So, ich komm' jetzt top, top, top vorne. Boah, das pisst ihn an, meine Damen und Herren. Ja, von dem, rechts im Busch. In welchem? In dem hier, in der Mitte. Boom, da ist er tot! Oh, meine Damen und Herren. Wunderschön. Dankeschön an den Red Buff an dieser Stelle. Lol, good job. Ah, nice one. Ich mach'n Lane Gang. Gut. Kannst du nach vorne, ist alles. Ähm, ihr habt'n bisschen grade gesehen, ich hab' mein, ähm, Flitzen, also hier mein E-Skill, vorher nochmal angehalten, damit ich, ähm, schneller ein Auto-Hit setzen konnte. Weil, wenn man diesem, weil, wenn man diesem Lightning Rush ist, kann man kein Auto-Hit setzen. Und das war einfach grade sehr, sehr günstig, weil, ich konnte einfach früher Auto-Hitten, dadurch direkt zu lohnen. Dadurch hat es viel leichter, meinen Coup zu setzen und den dann halt total zu vernichten mit meinen Electric Surge. Ja, genau. In den Arsch gepimpert, meine Damen und Herren. So macht man das richtig. Ohne Gummi. Einfach ganz trocken von hinten. So. Ohne Gummi kennt's Riccardo sich übrigens auch aus. Brrrr. Der ist kein Fan. Vierfacher Vater. Ja, er ist kein Fan von Gummi. So. Hallo, Coup. Teleport, Riccardo, Teleport. Oh. Erkenn so ohne, es wird nur Teleport. Oh, scheiße. Sorry, Eddie, da hab ich irgendwie gar nicht dran gedacht. Oh man, dieser... Jetzt aber wenigstens tötet ihr halt nicht. Das, was ich jetzt hier mache, ist einfach nur so, meine Damen und Herren. Eben keinen Level mehr kriegen lassen. Und nur noch konsequent blasteten. Hätten wir einfach zusammen draufgehen können. Ja. Ja. Das Dumme war, ich dachte eigentlich, wir können Alistar so töten, weißt du? Einfach so zack und weg ist er. Aber... Wie gesagt, hier hat auf jeden Fall Alistar das Spiel für K6 gerade verloren. Mal gucken, ob er noch den Weg zurückfindet. Bin sehr gespannt. Oh, jetzt ist er 6. Er will mich fressen, Eddie. Ich muss weg. Das Gute ist, mit einem Jungler, der Energie hat in der Mitte, man kann immer schöner als Ammonium einen Blubuff haben. Das ist das Beste, der... Der braucht die Pooldown Reduction, der braucht die, Ricardo. Ja, natürlich. Ricardo zählt hier ein. Rassist. So, ich geh mal weg. Bot läuft, oder? Jaja, Bot läuft. So, ich musste eh mal zurück, meine Damen und Herren. Huiuiui. Ich glaube, das ist niss. Wat ein Rassist. Was? Was ein Rassist? Mhm. Mhm. Und die Karre war KW1. Äh, weiß er nicht. Ich hab so lange keinen AD-Kennen mehr gespielt. AD-Kennen? Ja, ich meine, willst du den AD-Carry spielen, oder? Muss nicht sein. Weißt du nicht, du. Bluter ist da vielleicht. Hextech. Äh... Hier, das neue hier. Wie heißt das Attack-Speed-Item hier? Blade of a Roon King. Ja, sowas. Ja. Na, ich bin Tio. Kauf dir doch mal Blade of the Roon King. Ich bin Tio. Mieh, Mieh, Mieh. Kaust du mir halt Tio? Ja, mach ich halt. Ja, das hab ich jetzt. Und jetzt? Hm? Hm? Was ist? Ich hab Ultiii. Ich müsste gleich, wenn der Alistar gleich mal wieder angestampft kommt, den irgendwie mal ranziehen, damit Wampi sich freut. Die sind schon ober im Camper. Scheiße, schon wieder oben. Hört mir auch zu vielen, Leute. Ja, bei mir ist kein Low-Level Alistar reingelaufen, Mike. Ich krieg hier keine Geschenke. Ah. Ah. Ah, das wird. Hm. Okay, also brauch eigentlich nur Top-Hilfe, ne? Bis jetzt, ja. Wenn die Kuh kommt. Kauft man sich eigentlich noch Dings? Ähm, Warmox? Äh. Weiß ich nicht. Ich kauf dir. Also ich kauf's mir nicht, wenn ich ARD spiel, aber... Hiiii. Hm. Was ich wissen will, ist das noch sinnvoll? Naja, es gibt immer noch tausend Leben. Nur der Lebensrekorder halt verringert, ne? Wenn er drauf ist. Hm. Okay. Ja, vor allem, es geht ja darum, dass ein Kasex mich nicht töten kann. Ah, ja, klar. Ach, Mann! Nervt langsam. Einmal probier's gleich noch. Dann hab ich kein Mana mehr und ich muss immer wieder Wards kaufen gehen, irgendwie. Der Ward müsste ja mal abgelaufen sein, oder, Addy? Der müsste drauf waren, ja. Awarded, fuck! Leute, Leute! Ja. Das ist halt dieser gigantische Schaden von dieser Gammel-Elise, ne? Bot-Lane, ihr seht das, oder? Was denn? Nö. Das kriegen wir nicht. Was da? Bei Mike. Scheiße. Oh, red buff. Sehr gut gemacht. Du auch. Ich hab fast Alissa mal getötet. Ja, ich weiß. Was? Hm. Der hat auch, okay, der hat auch seinen Ex-Punch geskillt. Ey, ich hab keine Ulti für Top. Aber ich komm trotzdem mal, ich versuch's mal wenigstens, wenigstens zum Versuch. Alter, okay, ich kann mir aber schon mein Jungle-Altem holen, das ist gut. Es soll das hier gerade, so wie ich sage, meine Damen und Herren, aber ich bin am Futter und ich spiel keinen übertrieben selten. Alter, ich versuch, ich streng mich an, so viel zu reden, wie es geht, aber es ist gar nicht so einfach. Gerade, weil die anderen so wenig sagen. Was nennt ihr, das Shogart auf den Sack nehmen? Ja, ich kann ja leider mit meinem Botlaner so gut kommunizieren, weil das wäre so ein bisschen einseitig. Das wäre dann ja so, als würde ich die ganze Zeit ins Gespräch führen. Spielt Wampi Support? Nee, nee. Nee, Wampi ist auch nicht, Harry. Theo hat sich also vor allem in der Designer-Position gewidmet. Wieso? Meinst du, ich bin zu dieser so ein guter, so ein Supporter? Da kam der. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ähm, nein, ich weiß nicht. Für Support muss man so viel beherrschen. Ich finde, das ist auch ne, ja, auf jeden Fall, ne absolute Muss-Position. Ich finde sogar, dass eher der Käpt'n des Teams zusammen... Elise kommt mit, Elise kommt mit, Elise kommt! Ich finde sogar, dass immer der Käpt'n des Teams Support spielen sollte. Weil der Support macht halt immer die meisten Ansagen auch. Leute, Leute. Ich komme schon, ich renne schon. Gerd, ich muss leider gehen, sonst sterbe ich. Weiter auch, klein. Ja, sorry. Wird ja immer besser hier. Mach mal unten Druck. Der Typ ist oben. Hier der Bot-Tower. Oh, lol, good job. Lol, good job. Wird immer knapper hier, meine Damen und Herren. Machst du den Bot-Tower? Weil top ist, down. K6-R kann sich langsam, glaube ich, richtig heißen. Hahaha. Warum, weil er sich denkt, oh, Canon, ich hab'n leichtes gegen ihn. Mhm. Und jetzt auf einmal steht der Canon 3.0, oder was? Mhm. Der Rassist. Das hilft auch nicht, wenn ich da noch einmal angelerannt komme. Das war nötig. Naja. Und auf jeden Fall gut. Okay. Hm. Was meinte, können wir das machen auch so? Bot-Lane und so? Mhm. Oder ist grad schlecht? Wir haben den Dings gerade fast down. Alistair kommt runter. Seht ihr? Joe Smith ist oben. Ich kann leider nicht pullen, naja, wir können den machen, ja. Komm. Kommst du, Vampie? Oh ja, jawoll Lol Bleib du mal hier Nom 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 Hat er mich gefressen Du kommst nicht weg Alissa Nice run Lass uns bot pushen Easy game Warum werden die Runden in letzter Zeit immer so easy, wenn wir aufnehmen? Ne, die eine stimmt gar nicht, die eine Runde mit Kalver ging ja länger Ne, aber das lag auch im Hard Mode Da war Roach bei Ja, also du musst sagen, Roach macht die Spiele eigentlich nicht einfach War da Roach bei? Ja Ich hab ja auch die letzten paar Tage müssen mal durch Hier 12 oder irgendwas war Manchmal macht das einem echt nicht leicht Ich hab ein KR6, da hast ein KR6 Ich geh weg Nur damit ihr Bescheid wisst Ja, ja Mike, du bist jetzt ein bisschen alleine Elise hasst mich, mein Damen und Herren Ich glaub dir hast uns beide mehr Ich wurde weg diskriminiert Diskriminierung Wir müssen sie reporten wegen Diskriminierung Alter, wie gut wir alle stehen 3-0, 3-0, 4-0 0-2 Mehr Farben als du Mehr Farben als die Mütter Ja Ja Na, ich war damit beschäftigt, Leute zu fahren Ja, ich war damit beschäftigt, gefahren zu werden Ja, ich war damit beschäftigt, gefahren zu werden Ja, ich war damit beschäftigt, gefahren zu werden Ja, wo bin Hi Hi Kommt nicht mehr nach oben, der Kerle Mach es in der Mitte Oh mein Gott, zu viele Ich bin noch Was soll denn der Scheiß? Ganz im Herd Bäh Ja, ich laufe auch schon Assistenmösen hier eben Dann pushe ich mal oben wieder weiter Da kommt der Mega Blitzcrank Ich hab keine 24, 23 hab ich Ulti Oh ja Ich muss mir grad ein bisschen den Hintergrund aufhalten Oder auf irgendwas schießen Ja Da rennt ein Karasix rum Soll ich den mal herziehen? Ja Das Problem ist, dass Mike gerade ziemlich lowlife ist Ja, abgefangen, kleine Schlampe, nix da Ich spiel hier mal herziehen Ich spiel hier mal herziehen Oh f*** Was? Echt jetzt? Echt jetzt Nene, nene Nene, nene Ok, ne 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 ne.. Nee, läuft er weg. Nee, ne. Oh, unsere Top-Lane ist... leicht... Ah, komm weg! Ich hab sie ausgedrickst. Eiskalt. Ja, da ist einer geflitzt, und hat Putzebäume geschlagen die ganze Zeit. Juhu! 99F schnell! Oh, macht Spaß! Oh Gott! Oh ja klar! Kommen! Wampy hat den Twitch gekillt. Oh, das war's! Oh mein Gott, Wampy! Oh, Wampy macht das. Ja, der hat einfach den Scheiß abgewahrt von ihm, wo gut ist. Hey, Wampy hat ja feinlich einen Kill mehr als ich. Unglaublich. So. Hi! Hi! Hi, ich kann auf den Sack gehen, hi! So. Wow, komm her! Ja, mehr, mehr! Avanti, Avanti! Avanti, Avanti! Gefährliche AD-Kennen! Es so. Tio, guckst du eigentlich manchmal eigentlich einen Opa? Ne Opa? Ja, ne Opa. Ne, eher Musicals. Opa weniger. Na, weil ich hab mir Gedanken gespielt, mal ins La Traviata zu gehen, aber ich weiß nicht. Wär bestimmt was wert. Also, ich war noch nicht in Opa. In einigen Musicals kenne ich den Löwen und so'n Kack halt. Und Starlight Express und so'n ganz'n Kack. Hi. Ja, bitte. Ja, kein Thema. Also wirklich. Oh, Mann. Der Grab. Ich bin da gleich und ich hab Ulti. Shit. Wieso hast du denn den nicht so? Hahahaha! Hast du das gesehen? Wie ich ihn gefistet hab. Wie ich ihn einfach gefistet hab. Wie ich ihn einfach gefistet hab. Oh, wie schlecht, ey. Ich hab ihn hier nur mit Dingsfähigkeiten ausgelöscht. Ich hab ihn hier mit Blade of the Roon King und Verbrennen getötet. So richtig lächelig. Ne, ich hab mich geopfert. 5-1. Blade of the Roon King ist auch eine geile Seite. Ja, oh, Mann. Ja, da haben wir mal wieder einen Gegner grundlos in den Boden geschlafen, meine Damen und Herren. Richtig grundlos. Also er ist grundlos schlecht, müssen wir einfach mal sagen. Ja, 19-4. Ich glaub, das surrendern sie in einer Minute 20. Nein. Ja, da müssen wir meine Chris-Platte nicht so belasten. Auf jeden Fall gut. Dann TP? Ne? Wird er nämlich hin. Ich will ihn nicht deren! Fuck. Hahaha. Bumpy, mach das! Bumpy, mach das! Bumpy, mach das! Das ist ein gefeederter Ezreal. Was will man erwarten? Singst du so einen Tower frei, wenn ihr wollt? Ich hab das gesehen, wie sie mich gehasst haben. Unglaublich, ey. Lalalalalalalalalala. Ich werde dir helfen, ich werde dir mal helfen. Suchen wir uns Freunde! Alter, er hasst mich. Der Tower hasst dich. Der Tower hasst dich auch. Oh mein Gott, Theo, hörst du das? Hör mal ganz genau hin. Hihhh. Hiiiiiiii. Tchuk 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 tchuk. Ich hör's irgendwo her! Hahaha. Kommt an der EZ Tray. Natürlich! Der EZ Tray. Er kommt aus der Heine gefahren. Oh mein Gott, ey. So ne Scheiße. Und Rampi ist tot. Wuhuuu! Ja, jetzt ist jeder von uns einmal krepiert. Andere auch mehrfach. Ich nicht. Keine Sorge! Barney Sisson hat jetzt genug Geld. Das ist wie ein Echt, der tut einfach nichts. Du kriegst ein Haufen Geld. Keiner weiß was er macht, der kriegt auch ein Haufen Geld. Dragon is up! Leute, Karzix ist auf jeden Fall Back in the Game. Und das mit den falschen Ruhnen, das ist geil. Ja, Will, was? Riccardo? Ja, komm. Ja, klar. Was hab ich für meine... Ah, 10 mehr Schaden, ja. Durch 20 AP. Best Smiley You, meine Damen und Herren. Ist so. Ich hab's mit deinem Auto-Attack abgepasst. Das musst du jetzt mal schaffen. War geplant. Immer Baron Warden. Oh Mann. Hm, Tio, ich hab Probleme mit Skyrim. Ja? Ja, ich will ganz gerne Mod drauf installieren, aber krieg's nicht hin. An bestimmten Mod. Zum Fliegen, der Mod. Kennst du, Fly-Mod? Ja. Ja, ja. Sag mir was. Ich hab zwar... Die Grundmechaniken hab ich drin, und äh... Er kann auch fliegen, das ist kein Thema. Aber ich krieg die Animation nicht zum Laufen. Ich glaube, Elis Back-Dort. Und das schaut dann übertrieben Kacke aus. Wenn er ohne Animation fliegt. Nein, nein, er ließ die Back-Dort, das ist eigentlich schlimm. Sie hatten einen Red-Buff, ich wollte ihn haben. Also ich nehm den mal so. Ja, ja. So, und aus, Mann. Ja, wir machen mal so aus, ne? Ja, hallo. Hey, sie stehen da alle auf. Ich will noch ins Bild, ich will noch ins Bild. Ja. Hahaha, Ricardo! Der Kassist, der ist im Glauben. Haha, oh Gott, ich will noch einkrabbeln. Haha, ich musste meine Wild hier auf der Plattform machen. Okay, das war mein Team-Polish-Py, meine Damen und Herren. Das war ne verflucht einfache Runde. Huiuiuiuiuiui. Das war auf jeden Fall Cannon in der Mitte. A-D-One. Hm, ich weiß nicht, AP ist so schwach. Ah, dickerle GG. GG. Ja, auf jeden Fall, das war mein Team-Polish-Py. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye-bye, Mann! Fick dich, Tio!